Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einer kleinen Geschichte für euch. Ich nenne sie die Budweiser-Story. Das war 2011. Da hat mich ein Manager angeschrieben, der wohl Reality-Shows im amerikanischen Fernsehen gemacht hat. Ich habe mir erst gedacht, was für ein Vogel, was will er von mir oder so. Er hat von mir Videos gesehen. Aber es war 2011, da waren meine Videos echt in den Anfängen. Das war echt eigentlich schlecht. Man hat nicht wirklich was gesehen. Das war nicht cool und so. Jedenfalls hat er mich angeschrieben. Er wollte, dass ich mich bei ihm bewerbe für eine Reality-Show für ihn. Die hieß The Big Time. Da werden Amateure gecastet und die lässt man dann gegen Profis antreten, um zu gucken, wie gut sind die Amateure, können die mit Profis mithalten. War über Basketball, Football, Soccer, Baseball, Kochen glaube ich auch. Also es war echt alles querfeldein. Und wie gesagt, war von Budweiser gesponsert. Also Budweiser, ja, die haben fett Kohle. Die lassen da was springen dafür. Auf jeden Fall, die habe ich mich beworben. Mit einem echt schlechten Video eigentlich. Also ich musste halt was auf Englisch labern und so, erklären, wo ich herkomme und so. Also, naja, mein Englisch war echt kacke und voll, ich weiß auch nicht, ich konnte mir da keine Scharzen angerechnet. Ja, jedenfalls, hier war das Video. Hi, I'm Mike Wagenföhrer, 28 years old from Germany, Bavaria. Here in Bavaria is the number one sports soccer. You can find on every corner a soccer field. Not many people plays or are interested in basketball, so it's very hard to come to be a pro. I play now over 16 years without any chances to play on the highest level. But I got everything that a great player needs. Talent, skills, speed, a killer ball handling and a very good shot. And always an eye for the free man. I'm a team player and also a great passer. I play and train every day a couple of hours after work on my game and my body condition. So, I'm fit. I got a big fighting spirit. I never give up because I hated to lose. Basketball wars and is always one of the important things in my life. So, please, Bartweiser, give me a chance and help me to reach my dream. Ja, wie ihr gesehen habt, ist eigentlich schon fast peinlich, aber ja, es hat wirklich gewirkt. Sie mochten mich, sie haben mich eingeladen nach L.A., haben mir den Flug gezahlt, Hotel, Hilton, alles vom Allerfeinsten her, war echt der Hammer. War ein Dreitagestrip, bin da hingeflogen, ja, hab geballt mit den Leuten. Hab ein paar echt nette Typen kennengelernt. JustFly war da, JustFly kennen wir, den super krassen Dunk aus Kanada. Der Dunk-Fahrer, mit dem wir auch super krassen. verstanden habe. Von dem habe ich jetzt auch fünf Mixes, glaube ich, mittlerweile gemacht, alle auf meinem Kanal zu finden. Ich zeige Ihnen mal ein paar kurze Ausschnitte. Ja, auch der Dunk-Fahrer ist echt ein krasser Typ. Alleine die Dunk sehr kreativ und so. Super netter Typ. Einer von den nettesten überhaupt. Hat mich gefreut, den kennenzulernen. Ja, Casting und spielerisch. Ich bin leider nicht weitergekommen. Die haben keine Points gerade genommen. Das waren dann alles mehr so größere Typen, die wir danken konnten und so. Aber trotzdem, ich war der einzige Europäer, den wir uns eingeladen haben. Also war echt der Hammer, wenn du der einzige aus Europa bist, den wir eingeladen werden. Das war echt, ich habe es gefeiert ohne Ende. Ich konnte es ja gar nicht glauben. So echt krasser Trip. Echt geil, in Hollywood gesehen, rumgekommen und so. Hätte Leute kennengelernt. Echt der Hammer. Die Show gibt es auf YouTube zu gucken, wer es sehen will. Ich glaube, die ganzen Basketball Folgen. The Big Time Basketball. Einfach mal eingeben und suchen. Könnt ihr euch das angucken, was die da machen mussten und so. Ich bin auch mal kurz in die Werbeclips mit drin. Ich bin von Tart, Massachusetts. El Salvador. West Africa. Born und raised in Nigeria. San Juan, Puerto Rico. Wenn ich zwei Tage lang in der Basketball bin, dann fühle ich mich. Ich fühle ich mich nicht. Ich fühle mich auf die Big Time Basketball Show. Ich weiß, dass ich nicht nicht mehr so. Ich habe einen 7-Foot-Wingspan. Ich habe einen 7-Foot-Wingspan. Ich habe einen Torn, der Lateral Meniscus, und ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch nicht. Ich habe einen Canadian Basketball-Tippel-Tattu. Auf meinem Schulter, weil Basketball ist mein Leben. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ja, eine geile Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Echt cool. So was könnten mir öfter mal passieren. Würde ich gerne wieder umsonst rüberfliegen und so. Vor allem so mit so einem krassen Sponsor wie Budweiser. Macht man nichts begehrt. Ist protective. Ich sage ganz allein fürs zu gucken und für auch Ihre Zeit. Ich würde gerne ein Abo lassen. Danke, Euer Mr. Mike. Böhööööö. Bis zum nächsten Mal.